Oh oh, oh oh, guck mal da oben. Guck mal da oben. AHHHHH! Hallöchen Freunde und willkommen zurück hier zu Minecraft Bloody Cave mit dem lieben Lovely Potato. Und wir sind immer noch beschäftigt ganz hart mit dem Farm. Ich möchte mich noch mal entschuldigen bei all meinen Zuschauern, dass der Ton und alles letztes Mal so völlig merkwürdig und verrückt war. Aber das lacht daran, dass ich ein bisschen gefällt habe und meinen Ton nicht aufgezeichnet habe von meiner eigenen Stimme. Deswegen musste ich das irgendwie hinbekommen, dass ich meine Stimme noch mit reinkriege. Dadurch habe ich dann seinen Sound genommen. Das klingt für euch wahrscheinlich dann alles völlig verwirrend, aber es ging halt nicht anders. Na komm, die werden es dir verzeihen. Ja, denke ich auch. Hoffe ich zumindest. Ich zeige dir jetzt das kurz mit den Seeds, dass das hier ein bisschen bescheuert ist. Guck mal, wenn ich das jetzt hier... Achso. Ach, dieses Blau deines Pullovers, ne? Rrrrrr. Okay, Entschuldigung. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Siehst du, ich mache jetzt die beiden nebeneinander. Plupp. Ja. Lol, okay. Ich mache sie so und so und so und so und so und so und dann gehen sie nach der Zeit weg. Du musst Fackeln hinmachen, dann gehen sie nicht weg. Ernsthaft? Ja. Hast du Kohle? Ja, hier in der Kiste habe ich glaube ich welche reingetan. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich welche reingetan. Hihi. Pull viel Eis nicht schon ab, Kollege. Wie produktiv ich schon war. Ja. Ich werde dich jetzt damit so lange ernähren. Oh, meine Schweine. Wie konnte man nochmal dieses Ding spawnen? Nach oben gucken und dann rechtsklicken, ne? Nein, einfach nur neunten Block auswählen. Warte, guck mal hier. Neunten Block. Zack. Wie neunten Block? Du musst den letzten Block in deiner Liste auswählen. Da ist aber ein, ach so, okay. Du musst ja nicht rechtsklick drücken. Du musst ja nur drauf gucken. Wie sportt man den anderen? Nach unten gucken. So schwer ist das nicht. Einfach nur, oh stimmt, muss nur nach unten gucken. Lol. Okay, nehmen wir mal ganz kurz das hier, 64. Oh lol, wir brauchen ja, wir brauchen ja zweimal 64. What the fuck. Ja, das ist schon Farmarbeit auf jeden Fall. Stimmt, mit den Fackeln geht das. Oh nein, jetzt, jetzt, wie, wie mach ich die wieder weg? Wie gehen die wieder weg? Die gehen nach 60 Sekunden automatisch weg. Okay, gut. Das geht mit den Fackeln. Ich hab doch nicht erst in den Zweig spawnen sollen. Kannst du mir deine Kartoffel geben? Hab ich doch gesagt, das geht mit den Fackeln. Kartoffel, 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 Kartoffel. Dann, oh, ich will da nicht runter. Oh, ist doch kaputt, so. Eins, zwei, drei Kartoffeln haben wir auch jetzt. Du musst mir nur vertrauen, dann funktioniert das. Und das sagt der Minecraft-Nube, weißt du? Der, der es eigentlich wissen müsste, weiß es nicht. Und der Minecraft-Nube, oh. Oh, der kriegt's hin. Okay, dafür hab ich meinen Sound in der letzten Aufnahme gefehlt. Mein Sound. Und ich mich... Ja, aber das Ding ist, dann hör ich ja deinen Minecraft-Sound auch. Oder wird der Ton... Ich kann den nicht splitten. Kannst du nicht, ne? Das heißt, dann hab ich deinen Minecraft-Sound, Judo. Ja, du wolltest ja... Das liegt aber wahrscheinlich total verwirrend, aber... Hauptsache, ihr habt Sound, Leute. Und wisst, worum's geht. Ich mach uns mal ein Schwert. Ein Steinschwert. Uh, nice. So, und jetzt kümmere ich mich weiter um die Tiere. Ähm, zack, zack. Das Ding ist, das Holz geht relativ schnell aus. Dann müssen wir relativ viel Platz... ...für die Bäume machen. Okay. Dann müssen wir, glaub ich, wie die Bekloppten buddeln. Ja, ich geh mal weiter Dings farmen. Also, ich kümmere mich mal um den anderen Kempel. Boah, ich bin so ein Idiot. Weißt du, wie ich mich aufrege, dass ich meine Aufnahme gerade verkackt hab? Ja, ja, ich kenn das. Ich hatte das auch schon oft. Das Problem bei sowas hier ist, dann darfst du ja nicht einfach sagen, ja, okay, die Folge lade ich nicht hoch. Nee, 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 das geht nicht. Ich lade die ja hoch, aber ich muss dann irgendwie gucken, dass ich den Sound anders hinkriege. Ich weiß auch noch nicht wie. Irgendwie halt. Kannst du auch nachkommentieren. Stimmt, das könnte ich auch. Also, du hast dann deinen Ton bei mir und das könntest du dann nachsprechen. Oh, Mann. Das wär richtig Aufwand. Nee, wär's. Aber es wird zumindest die Aufnahme retten. Ja, mal gucken, du kriegst das hin, du bist ein großer Mann. Ich werd's versuchen. Ich hoffe nur, dass es jetzt aufzeichnet, aber es sieht so aus. Also, der Balken bewegt sich hier, das heißt, ich rede. Das ist schon mal gut. Das ist super. Ja, sehr super. Aber, ganz ehrlich, sowas ist mir noch nie passiert eigentlich fast. Also, doch einmal bei Ältest Life ist mir das schon passiert, da konnte ich den Part da nicht hochladen. Aber, ich war grad so aufgeregt am Anfang des Projekts, dass ich das einfach verplant hab. Oh, so süß. Ja, es tut mir leid. Ich hab verkackt. Ich mach jetzt hier immer so Räume für die Bäume. Räume für die Bäume? Ich wünschte, ich hätte schon nach dem ersten Part kontrolliert, ob irgendwas nicht stimmt. Ich hab's aber jetzt erst nach dem zweiten kontrolliert. Dann hätten wir nur den ersten Part so behindert gehabt. Wieso, du hast es beim ersten auch nicht aufgenommen? Ich kommentier das einfach richtig episch nach. Du hast es beim ersten auch nicht aufgenommen, deine Tone? Ja. Okay, das ist dovi. Ja. Das heißt, ich muss deinen Ton nehmen. Egal, ob dein Minecraft-Sound im Hintergrund ist. Also von ersten und zweiten Folge. Ja. Okay, das ist scheiße. Ich hatte jetzt nur die zweite. Nee, erste und zweite. Will ich das? Was? Dass du meinen Ton hast? Bist du dumm? Was soll ich denn was machen, Alter? Ich werde die Ansage eh nochmal neu machen. Also ich werde die künstlich nochmal drüber spielen. Also es ist wirklich alles mit Steinen zugebaut. Wenn wir weiter buddeln, dann finden wir auch Bäume. Okay. Ich werde mal hier diese rote Border ein bisschen abbauen, ne? Diese, ähm... Aber müssen wir denn die vollen 15 Minuten zeigen, ja, ne? Müssen wir. Ja. Ja, ich denke mir irgendwas aus. Ah, das wird schon, das wird schon. Ähm... Hier kommt ein Sapling rein. Dann baue ich da noch eine Fackel hin. Also es sieht recht gut aus mit den Bäumen. Ich denke mal, dass sie spawnen werden bei den Fackeln. Wunderbarst. Ich habe ja noch einen Baum gefunden, oder? Davon nur nicht, dass ich mich verirre. Weil wenn ich mich verirre, dann haben wir echt ein Problem, wenn wir plötzlich getrennt sind. Ja, so groß ist unsere Mine noch nicht. Ich glaube, es wird erst in Folge 420.000 passieren, dass wir uns mal verlieren. Wir können ja auch unseren Namen sehen. Ich sehe dich auch. Also alles gut. In Folge 420.000. Gut. Ach ja, ich spawn mal hier. Ach, ne. Fuck, wie mache ich das? Würde es nicht am meisten Sinn machen, wenn wir beide, äh... Obwohl, ne, gut, du kümmerst dich um Nahrung und um Holz und so. Das ist ja auch wichtig. Ich überlege nur gerade, wie ich das mache mit den... Mit dem Gras... Mit den Rasenflächen für die Tiere. Äh, hast du geschrieben, dass wir wieder drauf sind? Äh... Aber ich hab kurz geschrieben, dass wir eben runter sind für ein paar Sekunden. Ja, komm gleich wieder, aber das ist... Okay. Haben wir doch geschrieben. Gut. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Hoffe ich. Nicht, dass wir das Heide auf die Fresse kriegen. Nein. Voll auf die Fresse, ey! Die sind alle tolerant. Okay, gut. So. Vielleicht kann ich ja trotzdem irgendwie der Minecraft Sound irgendwie leiser machen und unsere Stimmen lauter. Vielleicht kriege ich das irgendwie hin mit Frequenz oder so. Weil das ist ja alles auf unterschiedlicher Frequenz. Die Stimme und der Minecraft Sound. Ja, sonst hab ich echt keinen Plan, wie ich das machen soll. Das ist echt ein bisschen doof. So, ich hab jetzt... Ich muss hier... Den Platz für die Tiere mach ich hier noch mit Sand, mit Dreck zu. Eigentlich müsste da auch Gras drüber wachsen irgendwann mal. Ich glaube, trotzdem Night Vision müssen wir das hier alles mit Fackeln ausleuchten, weil sonst wächst hier nichts. Hab ich leider... ...so im Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass wir daran verrecken werden, jetzt ehrlich. Oder ich mach was ganz anderes. Ich lass meinen Sound einfach weg von dem, was ich sage und mach nur den Anfang, dass ich da was sage. Also meine Ansage nochmal. Mhm. Äh, nachträglich. Und dann sag ich, die Leute sollen in den Kommentaren erraten, worüber wir da wohl gesprochen haben. Also wenn du da nur antwortest, obwohl ich nichts sage. Weißt du, was ich meine? Ach, Tumongo. Das ist bestimmt auch lustig. Das wär mal was anderes. Ja, das wär ne Idee, auf jeden Fall. Ja, bestimmt lustig. Och man. Egal. Hä? Hier ist so ein komplett... Oh, ich bin am World Border. Wir sind ja direkt am Rand gespawnt. Also hier ist das Ende der Map bei mir. Ich bin durch. Du bist durch? Du bist völlig durch, ne? Stimmt. Fuck, wir können uns ja gar keine richtige Basis aufbauen. Nee, weil es ja immer weitergeht. Ja. Oh man. Wie machen wir das dann? Das ist richtig. Dann brauche ich eine neue Taktik. Oh, hier ist jetzt irgendwo Wasser. Da werde ich jetzt nicht weiter dingsen. Wie machen wir das dann mit den Tieren und so? Die müssen wir dann ja immer weiterziehen. Ja, oder wir müssen sie schlachten vorher. Ja, aber dann haben wir ja keine Tiere mehr. Tiere mit Tieren können wir ja auch was. Die Eier und so. Damit können wir ja auch den ganzen Scheiß da... Den ganzen Scheiß da. Also. Also. Was ist? Damit, genau, damit können wir die ganzen Sachen kaufen. Ja, keine Ahnung. Das wird kritisch. Ja, vielleicht sollten wir einfach irgendwie... Ich hoffe, das steht gleich unten 15 Minuten. Das müsste aber, ne? Hoffentlich. Ja, er sagt da gerade 20 Minuten. Okay, gut. Habe ich gar nicht gesehen. Druck mal T. Okay. Ich überlege gerade, ob ich dann schon mal, ähm... Ob ich dann nicht... Ich glaube, ich spawne nicht alle Tiere, sondern nur ein paar. Also wir könnten die theoretisch später auch mit Weizen dann so anlocken, dass die uns folgen. Ähm, ich spawne erstmal so drei, vier Tiere. Also von jedem etwas. Eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir hier einmal ein Schaf. Hier haben wir einmal einen Hasen. Oh, wie süß! Ähm, eine Kuh und ein Schwein. Yeah! Oh, bei mir sieht man gerade nur, wie ich Blöcke abbaue. Yippieiei. Schweinebacke. Oh, ich lade einfach die Folgen... Ach nee, das ist dumm. Ich glaube, der Hase wird ausbrechen. Der hüpft hier zu viel rum. Ja, der Hase ist ausgebrochen. Loy. Loy. Kann man den irgendwie anlocken mit irgendwas? Mit einem Hasenfutter. Hier, ich habe ein gekochtes Steak. Kommst du bitte? Oh nein, es ist der Dreckshase hier. Ich dachte, du wolltest ihn anlocken. Nein, der steht hier einfach mitten... Ach, da kommt er, dann läuft er hier halt rum. Solange er nicht unsere Ernte kaputt macht, der sackt. Haufe ich zumindest. Ich packe den Rest mal in die Kiste. Zack, 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 zack. Oh, Chicken habe ich vergessen. Genau. Das einfach nervigste Tier. Wo gibt... Wo gibt... Wo was gibt... Wo was geben tut. Ne? Ich grab einfach alles ab, was irgendwie aussieht, als könnten wir was damit anfangen. Okay, lass mich bitte das nächste Mal nicht die Farben machen. Warum? Hast du alles verkackt? Jetzt haben wir Chickens laufen hier rum, Kühe und Hasen. Okay, cool. Oh man, na egal, dann lass... Oh, YOLO. Die lassen wir einfach, dann lassen wir sie einfach hier rumlaufen. Guck mal, du bist unfähig, was das Spiel betrifft, obwohl ich der Minecraft-Loot bin. Und ich bin unfähig, was die Aufnahme betrifft, obwohl ich eigentlich vom Aufnehmen die Ahnung haben sollte. Ich auch, deswegen glaube ich, das ist so verkackt, Mann. Egal, ab der dritten Folge ist ja jetzt alles in Ordnung, also... Also man braucht von jedem 2x64 Stacks. Weiße Wolle, Leder, Zucker, Potatoes, Karotten, Kakaobohnen, Kürbisse, Melonen, Weizen, Spinnenaugen, verrottetes Fleisch. Mit verrottetem... Ja, so wenig Zombies sind hier. Also ich habe hier oben eine Familie. Ich habe eine Kuh, einen Chicken, ich habe einen Willi und Wombo. Die Willi hast du auch? Ja, die habe ich auch gespawnt. Nein, die Kuh geht auf unser Feld. Nein, haha, wie lustig. Kuh, nein. Ich habe die Kuh jetzt eingeschlossen in unserem Weizenfeld. Musste sein, tut mir leid. Oh Mann, ich muss dir das Video nachher zeigen. Nehmen Sie Austin. Tja, also bei mir ist aktuell nur die Sache, dass ich jetzt keine Spielsage mehr habe. Das ist schon mal die erste Sache. Und die nächste ist, dass ich mal kurz wiederkomme, wenn ich den Weg zurückfinde. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, machen wir auch schon wieder einen nächsten Cut hier. Ja, und dann die letzte Folge. Und dann die letzte Folge, ich komme zu dir. Wie lange haben wir jetzt? 20 Minuten steht da immer noch, Leute. Ne, ja, das ist, er schreibt das neu in den Chat. Achso, okay, gehen wir hoch. Ah, geh nicht an meinen Arsch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was sind da? Oh, 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 oh. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, also hier spawnen auf jeden Fall Monster, wenn wir das nicht ausleuchten. Wir müssen nächste Folge die Fackeln machen. Okay, gut. Dann, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und der Freund ist diesmal in Ordnung. Ich hoffe, ihr nächstes Mal wird es genauso sein. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.